Die politische Meinung zum Coronavirus ist sehr wichtig, weil ich nicht an Coronavirus sterben möchte. Und darum treffe ich alle Vorsichtsmassnahmen, die man nur treffen kann. Regelmässig duschen, regelmässig die Hände waschen, regelmässig Desinfektionsmittel mit den Händen einreiben, 3 Meter Abstand halten vor den Leuten und ich sitze hier nur noch im Schlafzimmer und lese hier auf dem Handyblick die Berner Zeitung, die NZZ und die 20 Minuten lesen und informiere mich immer wieder über die nächsten Corona-Opfer, und solche, die angesteckt sind und solche, die an den Beatmungsgeräten vegetieren müssen. In der Hoffnung, dass man wieder zurück zum Leben kann. Aber es hat auch junge Leute schon genommen. Es sind junge Leute auch schon.